Moin moin Leute, ich habe wieder ein neues Video für euch, heute aber ein kurzes, einfach nur ein Fight mit Count Dooku gegen einen Anakin. Ich fand den Anakin ganz gut, also war, finde ich, ein gutes Duell. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Fight fandet. Und ich habe in den Kommentaren von meinem letzten Video gesehen, dass ihr gerne Gameplay mit Zuschauern sehen wollt, und nicht immer Zusammenschnitte von Duellen, wo ich gewinne, sondern eher ganze Runden, wo ich auch verliere. Habe ich früher nur ungerne gemacht, aber ich habe schon lange nicht mehr den Anspruch, einer der Top-Spieler in Battlefront zu sein. Da gibt es inzwischen sicher sehr viele bessere Spieler. Naja, an der Stelle auf jeden Fall danke für das Feedback, und es wird auch sicher solcher Content kommen. Deswegen könnt ihr mir gerne eure Playstation-Namen in die Kommentare schreiben, und ich adde euch dann die Tage, und ja, wir zocken mal eine Runde zusammen, oder gegeneinander. Und jetzt, ja, viel Spaß mit dem Video. Und jetzt, ja, viel Spaß! Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.